Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und das hier sind die unrasierten Daily News. Heute mal mit fast nur schlechten Nachrichten zu Dragon Age Inquisition, zu Battlefield Hardline, zu Last of Us. Aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas Gutes zu berichten. So, die erste richtige traurige Nachricht und ich fand, das war wirklich die traurigste Nachricht der Woche, denn Dragon Age Inquisition wurde verschoben. Ja, in der Tat sollte das Ding ja bereits im Oktober rauskommen und jetzt hat BioWare verkündet, dass man vor dem 21. November leider nicht fertig sein wird. Zunächst hieß es so ein bisschen, es wäre fast fix, dass alles sicher geht, nur noch ein paar kleine Schräubchen drehen, ein paar Bugs rausnehmen und sowas und dann ist das Ding fertig. Jetzt ist es in der Tat verschoben und wir müssen uns noch bis Ende November leider gedulden. So, wir bleiben direkt mal beim Verschieben, denn in der Tat wurde auch Battlefield Hardline verschoben und auf keinen fixen Termin, sondern erst auf 2015, also so richtig weit weg. Und sie haben in der Tat gesagt, bevor ihnen nochmal so ein Desaster passiert, wie bei Battlefield 4, also dass das Spiel nicht so richtig fertig ist und nicht so richtig rund läuft, wollen sich lieber die Zeit nehmen, um das Ding noch ordentlich hinzubiegen. Und ja, dann muss man einfach sagen, okay, dann erscheint es halt nicht mehr dieses Jahr. Wenn wir dafür mal wieder ein Battlefield bekommen, was von Beginn an richtig ordentlich funktioniert, dann gibt es von mir persönlich den Daumen hoch dafür. Ja, wollt ihr jetzt erst noch eine Verschiebenachricht oder eher lieber noch so eine schlechte Nachricht? Oder beides? Weiß ich nicht. Nee. Also erstmal noch eine kleine schlechte Nachricht. Ich habe in den letzten Daily News, habe ich mit dem Last of Us Remastered DLC in Verbindung gebracht, dass es wohl nur eine reine PlayStation 4 Variante eines DLCs sein wird. Und jetzt kam irgendwie so ein bisschen die schlechte Neuigkeit. Nein, es wird auch ein PlayStation 3 und ein PlayStation 4 DLC zu Last of Us geben. Und ja, es sind zwei Multiplayer Maps. Ich schon spät. Ja, dann mal eine Verschiebenachricht im positiven Sinne. Denn in der Tat wird auch mal ein Spiel früher erscheinen. Was ist denn da los? Das hört man ja eigentlich nie. Und so hat dann in der Tat Warner Bros. Interactive Entertainment bekannt gegeben, dass alle Herr der Ringe Freunde sich freuen können, denn Mittelerde Mordor Schatten wird früher erscheinen. Und zwar bereits am 2. Oktober 2014 wird das Ganze über Steam und was weiß ich überall verfügbar sein. Und das Ganze ist ja so ein bisschen so ein Mix wie so ein Assassin's Creed in die Welt von Mittelerde gepresst. So könnte man es so ganz grob umreißen. Und hups, ich bin ans Mikrofon gekommen. Und ich glaube, also die einen schreiben so, oh, Tolkien würde sich im Grab rumdrehen. Die anderen sagen, ey, endlich mal so ein richtig cooles Spiel, was so losgelöst ist von den Fesseln des Buches und was einfach in dieser Mittelerde-Welt rockt und zockt. Ich bin wirklich gespannt drauf. Ich hoffe, es wird ein gutes Ding. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. 2. Oktober ist es soweit. Ja, dann gab es ein weiteres Video. Das habe ich euch bereits hochgeladen. Ich verlinke das jetzt hier an dieser Stelle, hoffe ich. Ich muss mich jetzt mal in diese Ecke hier stellen. Und zwar geht es da mal wieder um Far Cry 4. Und zwar haben die Entwickler ein Hinter-den-Kulissen-Video veröffentlicht, das euch ein bisschen zeigen soll, wie sie dazu gekommen sind, Kürat, also im Himalaya so zu erstellen und was sie bewegt hat und was sie für Informationen eingeholt haben. Und es wird eine Ziege getötet in diesem Video. Hoffentlich hat noch keiner Peter angerufen bei Ubisoft, aber in der Tat zeigen die einfach so landestypische Sachen, wie es da so abgeht. Ist ein wirklich interessantes Teil. Es zeigt, Achtung, es zeigt kein Gameplay, aber wenn ihr euch so ein bisschen damit mal beschäftigen wollt, wie es hinter den Kulissen abläuft und was so Spiele-Designer alles so auf sich nehmen oder machen, um Infos zu sammeln. Ganz geiles, ganz geniales Ding. Unbedingt mal angucken. Ja, dann gibt es mini, mini, mini Neuigkeiten für alle Star-Wars-Freunde. Und zwar wird Star-Wars-Battlefront ja derzeit von DICE entwickelt, habe ich auch schon darüber berichtet. Und jetzt haben sie gesagt, dass Star-Wars-Battlefront parallel zur gleichen Zeit rauskommen soll wie Star-Wars-Episode 7. Das ist ja so, dass Disney diese LucasArts, LucasFilms, LucasArts, oh mein Gott, ich weiß es nicht, dass auf jeden Fall Disney die Rechte gekauft hat für die Star-Wars-Filme und die ja jetzt ordentlich so jedes Jahr oder alle zwei Jahre mal so ein Ding rausballern wollen. Und Ende 2015 wird es soweit sein. Um genau zu sein, soll der Film, glaube ich, im Dezember 2015 da sein. Und dann werden wir auch im Dezember 2015 mit Star-Wars-Battlefront rechnen können. Eine Mini-News, die bei mir immer so ein bisschen so Kopfschüln auslöst. Jetzt haben sie die ersten 100 Autos von Forza Horizon 2 bekannt gegeben. Und da sind so Dinge bei wie so alte VW-Busse. Jetzt mal ehrlich. Also ich weiß, Horizon ist so zum Rumcruisen, aber Forza war doch bisher immer, 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 immer der Inbegriff des Motorsport-Rennspieles. Muss das denn wirklich sein, dass in jedem Autorennspiel immer so Kackharren dabei sind? Jetzt nicht, dass der alte VW-Bus eine Kackharre ist, aber es hat doch nichts mit. Und davon gibt es wieder, Hauptsache, hunderte von Autos und dann erst mal von 100 Autos 80 Autos, die eh keiner fahren will. Was soll das? Jetzt mal ein ganz kleines Rätsel. Und zwar hat 2K, das sind die Macher von Bioshock, ein Bild auf Twitter gepostet. Und sie fragen selber dabei, was könnte das sein? Und ich frage euch jetzt auch mal in diesem Dinge. Was könnte das sein? Könnte das sein, ein neues Bioshock? Ein Bioshock-Remake für die Next-Gen-Konsolen? Was im Moment sehr modern ist, oder kann das irgendwas anderes bedeuten? Was ist denn eure Meinung dazu? Spielt eigentlich irgendjemand noch Titanfall von euch? Falls ja, am 31. Juli wird der nächste DLC erscheinen, der weitere Multiplayer-Maps für euch bringt. Ich muss ja gestehen, Titanfall war so ein Ding. Total geil gestartet. Jeder fand es cool. Ich fand es total cool. Hab es gerne, wirklich richtig gerne gespielt. Und dann war irgendwie so unheimlich schnell die Luft raus, weil es den Leuten vielleicht doch irgendwie... Ich weiß es nicht. Kann es gar nicht sagen. Warum spielt denn jemand mehr Titanfall? Falls ihr es noch spielt, nicht mehr lange. Und es kommen neue Maps für euch. Ja, last but not least möchte ich euch echt mal irgendwas von meinen Gameplays ans Herzen legen, weil es war wirklich so schön. Und ich rutsche wieder zu dieser Seite. Denn ich habe euch bisher, ich glaube, drei Videos. Das vierte ist aber schon in der Mache. Falls ihr da noch Bock drauf habt, könnt ihr mir auch gerne mal einen Kommentar dazu da lassen. Ich habe euch bisher drei Videos von The Crew hochgeladen. Das ist die Closed Beta von Ubisoft. Das Spiel wird auch Ende des Jahres erscheinen. Ich glaube, auch im November will ich jetzt nicht alles täuschen. Korrigiert mich da bitte. Ich bin da gerade ein bisschen verwirrt. Aber auf jeden Fall ist es wirklich toll. Also mich hat es jetzt so... Ich habe es jetzt schon ein paar Stunden gespielt und ich finde, es ist so das eine Rennspiel, auf das alle Need for Speed-Freunde eben gewartet haben. Und daher möchte ich euch dringend empfehlen, also mindestens eines dieser Videos mal zu schauen. Ich werde euch hier das zweite dieser Videos verlinken. Da geht es direkt so ein bisschen mit der Story ab und so. Wirklich absoluter Tipp. Hatte, glaube ich, keiner so auf dem Plan und ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe vorher sogar noch gesagt, The Crew muss das sein. Und jetzt habe ich es gespielt und es ist toll. Also daher mein Tipp der Woche unbedingt mal reinziehen. So, meine lieben Gaming-Freunde. Einen richtigen Zeigefinger des Tages gab es irgendwie heute nicht. Aber, naja, vielleicht so ein bisschen bei Dragon Age Inquisition. Aber wenn ihr jetzt rechts und links noch ein anderes Video gucken wollt, ich werde euch auf der einen Seite vielleicht nochmal Crew verlinken und auf der anderen Seite vermutlich meine neue Asus GTX 780 Ti in der Matrix Platinum Edition verlinken. Das Video ist noch nicht fertig, aber ich versuche das am Wochenende zu schneiden. Vielleicht kann man das ja dann schon anklicken. Falls ihr das noch nicht längst getan haben solltet, hier drunter gibt es einen Abonnieren-Button. Ich bin dann mal für heute raus, genieße das Wochenende. Das gleiche wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Mal und haut rein! Man soll den Leuten 10 Sekunden geben, dass sie was anklicken können. So, eure Zeit ist rum. Und dann kommen das Dann said smallen